Ja und wie immer geht die Emirates A380 auf C02 vorne die vier Versorgungsfahrzeuge Und da ist er, Emirates A380 auf dem Weg zu C02 mit einer Stunde Verspätung Ja und ETH mit neuer Lackierung ist auch schon gesichtet Die geht dann gleich an C01 Das heißt Emirates und ETH heute hintereinander Schöne Sache, die ETH wird jetzt erstmal warten müssen bis die Versorgungsfahrzeuge Zur Seite gefahren sind und dann wird links an C01 die ETH gehen mit neuer Lackierung Findet ihr die neue Lackierung schöner oder die alte der ETH? So die Versorgungsfahrzeuge fahren jetzt an den A380 Und die ETH wird jetzt hier runterrollen und an C01 gehen Ja ich rede jetzt mal ein bisschen um das hier zu überbrücken Im Hintergrund A330 der Eurowings beim Turbinenstart Schön Und da ist er ETH mit neuer Lackierung ETH mit neuer Lackierung ETH mit neuer Lackierung ETH mit neuer Lackierung ETH mit neuer Lackierung